Damit würde ich sagen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir gehen jetzt rein in die Folge 15.000 von Shoyoka gegen KuchenTV beziehungsweise KuchenTV gegen Shoyoka Abfahrt. Jo Freunde des Twitter-Melddowns, Shoyoka hat mal wieder etliche Tweets gegen mich und meine Zuschauer rausgehauen und das gucken wir uns heute natürlich an. Sie kann es aber auch nicht lassen. Man muss, also ganz zu Beginn des Videos, muss man einfach festhalten, dass sie es einfach nicht lassen kann. Kann sie denn nicht einfach mal aufhören damit? Halt einfach die Fresse, wie wäre es denn damit? Denn der Boys Club lässt sich nicht ärgern. Erstmal kurz zusammengefasst die Sachen, die ich vorgestern in den Cake News hatte, damit das hier vollständigkeitshalber einfach drin ist. Denn Shoyoka hat mich auf Twitter entblockiert und ich weiß, wir alle dachten uns Allerdings war es genau das Gegenteil. Denn ich wurde von Shoyoka komplett exposed. KuchenTV melkt mal wieder seine Community. 80.000 Euro an Anwaltskosten wegen Shoyoka und Twitch? Really? Was für Verfahren sollen das denn gewesen sein? War ich da wirklich dabei? Oder werden ein paar andere Verfahren und Bußgelder großzügig mit reingelogen? Gerechnet. Hier geht es darum, dass... Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Sie entblockiert ihn, um ihn dann wieder massiv zu fronten und beschwert sich dann wahrscheinlich wieder heulend im Stream, dass sie da angeblich weggemobbt wird. Ich sehe es kaum, Chat. Stream-Elements bei mir im Stream-Chat immer mal wieder reinpostet, dass ich dieses Jahr ungefähr 80.000 Euro an Anwaltskosten hatte. Und auch Dave Simbalod hat natürlich noch dazu geschrieben, hm, komisch, im Dezember wurde das Ganze auf 6.000 geschätzt. Wie kann das Ganze denn jetzt so viel höher sein? Mit einem Tweet von mir, wo ich im Dezember geschrieben habe, dass dieses eine Verfahren gegen Shoyoka bisher so 6.000... Callcenter Buster hat mich mit 4 Zuschauern geradet. Kuss an den Raider und schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Callcenter Buster, das erste Mal von dir geradet worden. Kann das sein? Auf jeden Fall vielen Dank für den Raid. Wir gucken uns gerade KuchenTV an. Es ist keine Wiederholung. Es ist inzwischen das hundertste Mal KuchenTV gegen Shoyoka. Da müssen wir wohl einfach mal durch. ...1.000 Euro plus kostet. Das Lustige ist, dieses Plus, was ja schon zeigt, dass es mehr ist, wird hier komischerweise wieder weggelassen. Wie können meine Anwaltskosten denn auch in 5 Monaten nur so krass gestiegen sein, nachdem ich 5 Extra-Verfahren habe? Mann, ich schäme mich wirklich dafür, dass ich Verfahren, von denen ich damals auch gar keine Ahnung hatte, die nicht mit reingerechnet habe. Das ist wirklich einfach mein Fehler. Und ja, per se hat Shoyoka natürlich recht. Diese 80.000 Euro waren nicht nur Shoyoka und Twitch. Ich habe das Ganze als Beispiele gemeint. Aber, ich gebe hier sogar zu, ist natürlich nicht ganz gut formuliert gewesen. Ich verstehe aber halt auch dieses Cherrypicking mal wieder nicht. Denn was genau ist denn jetzt so eine krasse und schlimme Lüge daran gewesen? Als ob irgendein Zuschauer von mir sagen würde, boah, also gegen Shoyoka und Twitch? Ja, also da lasse ich natürlich gerne mal Support da. Aber wenn ich da reinschreiben würde, dass da noch andere Verfahren mit drin sind, dann würden die natürlich sagen... Er ist halt vollkommen egal. Also meiner Meinung nach, ob er jetzt 20.000 für Anwälte bezahlt hat und Gerichtskosten oder 200.000, interessiert nicht. Fakt ist einfach, dass er unfassbar viel schon für Anwälte ausgeben musste für oder gegen Shoyoka. Und wie hoch letztendlich spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Pingu's Lady, danke für das geschenkte Sub an Callcenter Buster. Danke und Kuss geht raus. Jetzt sind wir wieder bei 905 aktiven Subs. Shoyoka hat seit zwei Monaten nicht mehr gestreamt. Was? Kann das einer verifizieren? Seit zwei Monaten hat die nicht mehr gestreamt. Warum? Weil sie sich gemobbt fühlt oder was? Was? Das Geld wird auch für die Verfahren gegen Müller-Römer benutzt? Nee, da lasse ich jetzt keinen Support mehr da. Sie tut so, als hätte sie mich hier krass exposed. Obwohl es ja wirklich niemanden interessiert, woher genau diese Anwaltskosten denn jetzt eigentlich kommen. Aber okay, hier einmal ein Statement an meine Zuschauer. Den Opfern dieser Tragödie kann ich nur eines versichern. Es tut uns allen schrecklich leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Ja, Chat, es juckt halt wirklich nicht. Es juckt halt nicht, wie viel es unterm Strich wirklich waren, ne? Wie viel Euro. Aquarat, erst mal im Chat. Grüß gehen raus. Schreib gerne mal, woher du mich kennst und wie du auf meinen Kanal aufmerksam geworden bist, wenn du das erste Mal im Chat bist. Sie twittert nur noch. Aber, ja gut. Vielleicht ist das auch einfach besser, wenn sie nur twittert, Chat. Dazu hat Shoyoka dann Folgendes gepostet. Wenn man Volksverhetzer-TV beim Lügen erwischt, macht der By the Way immer das Gleiche. Er öffnet ein neues Thema, um davon abzulenken. Shoyoka ist halt wirklich einfach das hier. Weil ich also selber auf Twitter gepostet habe, dass ich gegen Shoyokas Anwalt in neun von elf Fällen gewonnen habe. Habe ich damit jetzt also versucht abzulenken? Aber Chat, jetzt mal bitte. Ganz, ganz ehrlich. Die Frau kann doch einfach auch gar keinen Spaß mehr daran haben, ständig vor Gericht gegen KuchenTV auf die Fresse zu kriegen. Was ist denn eigentlich ihr Problem? Warum muss sie denn ständig gegen KuchenTV tweeten? Ich verstehe es nicht. Kann man es nicht einfach mal lassen? Also sie bietet ja mit ihren Tweets jedes Mal Content für neue Videos. Wisst ihr, was ich meine? Sie provoziert ja quasi, dass KuchenTV Videos über Videos gegen sie macht. Weil ich kann jetzt schon sagen, das Video klickt sich wieder Bombe. Ja, stellt euch eine Viertelmillion Aufrufe nach einem Tag, weil Shoyoka es für nötig hielt, mal wieder gegen KuchenTV zu tweeten. Also verstehe ich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Wirklich nicht. Shoyoka hatte mich doch vorher blockiert. Ich habe diesen Tweet logischerweise nicht mal gesehen. Und nicht nur das. Shoyoka hat mich in diesem Tweet ja auch nicht mal verlinkt oder erwähnt. Woher soll ich das gesehen haben? Noch lustiger ist das Ganze, wenn man bedenkt, dass ich seit einem Jahr sachliche Kritikvideos gegen Shoyoka mache, von denen... Ja, sachlich. Okay, mehr oder weniger. Also auf KuchenTVs Level sachlich können wir festhalten. ... sie jedes Mal ablenkt, indem sie nie darauf eingeht. Aber dass ich jetzt diesen Tweet nicht gesehen habe, ist schon wieder sauschlimm oder was? Lustigerweise wurde Shoyoka auch auf Kritik hingewiesen. Da hat sie ebenfalls damit abgelenkt, dass sie irgendwelche Fehler von mir aufgezählt hat. Das ist aber plötzlich wieder in Ordnung oder was? Genauso sowas hier. Dafür wird es dir aber unterstellt, dass du Millionen mit dem Streit mit KuchenTV machst, während man über seine Donations gerne schweigt. Niemand, wirklich niemand von uns hat behauptet, dass Shoyoka Millionen damit macht. Es ist doch genau das Gegenteil. In etlichen Videos haben wir uns schon darüber lustig gemacht, dass sie wirklich die einzige Person ist, die in diesem Beef überhaupt nicht profitiert. Das Lustige ist, dass Shoyoka das im Grunde auch selber zugegeben hat mit ihrer Antwort. Mir wird alles mögliche unterstellt. Ich bin angeblich auch NGO finanziert, reich, aber laut KuchenTVs Videos brauche ich auch einen Schuldnerberater. Wo habe ich... Warte mal, hat sie denn nicht selber mal gepostet, dass sie irgendwie keine Knete irgendwie hat? Wie war denn das nochmal? Hat sie nicht mal rumgeheult, weil sie kein Geld hat? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, Chat, aber ich habe irgendwas klingelt da im Kopf bei mir, dass sie mal heulend in einem Stream saß, weil sie Probleme hatte, irgendwie ihre Dinge zu bezahlen. Meine ich. Also ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ja, in einem Stream, ne? Das habe ich doch im Kopf gehabt. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass du reich bist. Ich habe ja genau das Gegenteil in Videos gesagt, weil es solche Clips von dir gibt. Weil ich so finan... Ah, genau das meinte ich. Genau diesen Ausschnitt. ...in die Bredouille gekommen bin, nachdem ich aus elf Monaten aus Ersparnissen gelebt habe, dass ich angefangen habe, einen Sabaton zu machen, in dem ich diesen Monat 140 Stunden gestreamt habe, 16 Stunden am Tag, weil ich nicht öffentlich machen wollte, wie scheiße alles aussieht und gesagt... Warte mal, die Rechnung geht aber auch nicht ganz auf, oder? Die Rechnung geht aber auch nicht ganz auf. ...zu machen, in dem ich diesen Monat 140 Stunden gestreamt habe. Sie hat 140 Stunden gestreamt. Wow, Chad. Manche Menschen gehen wirklich tatsächlich Vollzeit 170 Stunden arbeiten und haben noch Dienstfahrt hin und zurück. Aber 16 Stunden am Tag. Okay, bei 16 Stunden am Tag waren das bei ihr aber auch nicht so viele Arbeitstage, ne? Oder bin ich jetzt komplett verpeilt? Weil ich nicht öffentlich machen wollte, wie scheiße alles aussieht und gesagt habe, whatever, ich mache meinen ersten Sabaton. Und ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Shuyoka Unterstützung von irgendeiner NGO, wie zum Beispiel der Amadeo Antonio Stiftung bekommt. Shuyoka selber hat in Streams gesagt, dass sie kein Geld hat, dass sie nur von Ersparnissen lebt, dass sie jetzt einmal extra ein Sabaton gemacht hat, sich ein Jahr kein Gehalt auszahlen konnte, aber jetzt plötzlich, obwohl sie ja gerade gar nicht mehr streamt, kann sie sich mehrere Gerichtsverfahren leisten? Also, das passt ja irgendwie nicht zusammen, oder? Nachdem VolksverhältnisTV mir letztes Jahr einen guten Tipp geben wollte und mir einen Schuldnerberater empfohlen hat, möchte ich ihm eine Empfehlung zurückgeben. Vielleicht keine goldene Schallplatte für zwei Shuyoka-Videos kaufen, wenn man so hohe Anwaltskosten hat. Wieso? Durch die Shuyoka-Videos kann ich mir noch beides leisten. Auch solche Vorwürfe wieder. Er will von seiner Community Geld für gewonnene Prozesse, bei denen er einen großen Anteil seiner Kosten zurückbekommen würde. Irgendwie passt die Erzählung auch nicht ganz. Und Shuyoka sagt dazu noch Folgendes. Das dürften, nachdem er das Geld zurückbekommen hat, wenn es hochkommt, maximal 2.000 bis 3.000 Euro sein, die er Verlust gemacht hat. Und das ist halt einfach falsch. Bei der Twitch-Sache darf man nicht vergessen, dass wir vorher noch versucht haben, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Und alleine dieser Antrag hatte über 200 Seiten. Und davon bekomme ich gar nichts wieder, denn das hat ja nicht geklappt. Dazu bekommt man auch nur die Gebührentabelle wieder, was bei Twitch so ungefähr 2.500 Euro gewesen sind. Während ich aber selber knapp 20.000 bezahlt habe. Oder auch ein Verfahren gegen Roos. Da ist er gegen unseren Diss-Track vorgegangen. Und dieses ganze Verfahren hat mich ungefähr auch so 11.000 Euro gekostet. Boah, ist das krass, ne? Ist das krass? Das sind so heftige Beträge. Hat ihn einfach da mal 11.000 gekostet, da mal 20.000. Junge, das sind Beträge, da lebe ich zwei Jahre von. Was ist da los? Wir haben komplett gewonnen und von Roos erstattet wurden nur 1.500 Euro. Dazu behauptet Shoyoka auch einfach, dass bei den Verfahren gegen sie Nixarrafi mich vertreten würde. Das ist aber einfach gelogen, denn das machen alles die Höckeranwälte. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt, denn Nixarrafi hat noch nie irgendein Schreiben an Shoyoka oder ihren Anwalt geschickt, wo es um sie ging. In meinem Namen. Lustig ist auch, dass Shoyoka einfach behauptet, dass es ja gar keine Massenreports gegeben hat. Leider konnten einige Zuschauer dann etliche Screenshots aus ihrem Discord zeigen, wo man sehen kann, dass diese Massenreports stattgefunden haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Also sie lügt wie gedruckt, ohne irgendwie rot zu werden. Ey, ist das unangenehm. Und sie wundert sich wirklich, dass sie ständig nur Hate bekommt. Also ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, dass das, also es ist auf gar keinen Fall okay, jemanden online fertig zu machen oder zu haten, ne? Aber bitte, sie lügt wie gedruckt. KuchenTV kann es einfach immer relativ simpel widerlegen. Ach komm, hör auf. Ey, das ist doch so doof, ne? Hör auf. Und auch Twitch hat vor Gericht ja gesagt, dass Massenreports der Grund gewesen sind, warum ich im Dezember gesperrt worden bin. Das verteidigt sie aber natürlich gekonnt, denn es... Pingu's Lady trinkt jetzt Holy Kirsche. Boah, Kirsche ist auch einer meiner Favorites. Ist ja logischerweise nicht das Gleiche, wenn es bei ihr passiert. Menschen haben Hass-Content gemeldet. Es nennt sich Zivilcourage. Ich weiß, das kennst du nicht. Ja, auf einmal sind Massenreports keine Massenreports mehr, sondern Zivilcourage. Ja, das macht Sinn. Ist für Volksverhetzung verurteilt und gibt 2023 damit an, dass das Cancell in einer Zwölfjährigen am Anfang seiner Karriere die geilsten Videos ever auf seinem Kanal waren. Und ihr schaut den immer noch unironisch. Aber das Zerstören von anderen Existenzen dein großer Erfolg ist, hast du doch erst 2023 wieder erklärt, als du die Mobbing-Videos gegen eine damals Zwölfjährige als beste Videos aller Zeiten auf deinem Kanal beschrieben hast. Sie meint damit mein damaliges Paulana-Video. Video, nicht mehrere. Es ist einfach krank, wie Shuyoka hier schon wieder ihre Community belügt. Die Frage ist, wo habe ich sie denn überhaupt gecancelt? Ich meine, ihr sagt doch immer, dass sowas wie Canceln halt gar nicht existiert. Dazu frage ich mich auch. Ja, sie wird auf jeden Fall, also weil mein Chat schreibt gerade, dass sie glauben, dass sie in ihrer eigenen Welt lebt. Das glaube ich auch. Aber so verblendet kann ja keiner sein, dass man Fakten so dermaßen verdreht. Also Shuyoka ist ja irgendwie die Meisterin, alle Fakten so zu nehmen, wie sie es braucht. Sie legt sich das so zurecht, dass alle glauben, sie hat Recht. Punkt. Aber das ist doch nicht die Realität. Das kann ich nicht begreifen. So blind und so blöd kann doch wirklich keiner mehr sein. Ob du dir das Video überhaupt mal angeguckt hast, denn die Hälfte der Zeit geht es... UppRed, ja, aber UppRed weiß im Prinzip auch, was Phase ist. Also UppRed ist halt ein geiler Schauspieler, wenn du es so willst. Ja, der kann seine Rolle unfassbar gut spielen. Aber Shuyoka, also bitte, die ist ja voll verstrahlt. Also wirklich. Darum, dass ihre Eltern absolut verantwortungslos sind, weil sie ihr zwölfjähriges Kind einfach so ins Internet lassen, sie komplett gehatet wurde und die Eltern das einfach zugelassen haben. Ja, ich habe natürlich auch meine satirischen, sarkastischen Jokes und so weiter gemacht. Aber ist jetzt alles, was da drunter fällt, automatisch Mobbing? Dazu habe ich auch ihre Existenz nicht zerstört. Ja, sie wurde von YouTube gesperrt, aber logischerweise nicht wegen mir, sondern weil sie mit zwölf noch zu jung dafür gewesen ist. Sie wirft mir in anderen Tweets auch noch andere Dinge vor, für die ich mich ja teilweise auch einfach schon mehrmals entschuldigt habe. Gleichzeitig, wenn meine Zuschauer aber ihr irgendwas vorwerfen, dann heißt es, nö, also dafür habe ich mich ja schon entschuldigt. Ach so, okay. Also wenn ich mich für Sachen in der Vergangenheit, die teilweise neun Jahre her sind, entschuldige, dann kann man mir das jetzt immer noch vorwerfen. Aber wenn man dir Dinge vorwirft, die du dieses oder letztes Jahr gemacht hast, dann heißt es, also ich habe mich doch schon entschuldigt. Was wollt ihr denn noch? Doch, das klingt ein bisschen nach Doppelmoral, meinst du nicht? Genauso lustig ist, dass sie darauf hingewiesen wurde, dass sie an ihrer Situation ja komplett selber schuld ist, was ja auch einfach Fakt ist. Und ihre Antwort ist, ja, aber KuchenTV, der hat das und das und das und das gemacht und sie geht einfach Atominem. Ja, ich habe auch meine Fehler gemacht. Aber was hat das jetzt mit dem zu tun, was die Person da geschrieben hat? Warum lenkst du vom Thema ab, während das bei mir so schlimm ist? Der Grund, warum sie jetzt plötzlich auch nicht mehr mit mir reden möchte, ist übrigens dieses Paulana-Video. Also die Gründe, die drehen sich auch immer irgendwie mal hin und her. Erst war es dieses Volksverhetzungsding, dann war es mein Stream, den ich im Dezember gemacht habe. Jetzt plötzlich ist es dann doch das Paulana-Video von vorneu. Ja, genau, das ist halt das Thema. Shoyoka legt sich das genau so, wie sie es braucht. Du kannst ja im Prinzip, also wenn du KuchenTV bist, du kannst ja sagen, was du willst, du kannst tun, was du willst. Du wirst immer auch noch für Dinge kritisiert, die du mal vor Jahren gemacht hast und da kommst du bei ihr mit sachlichen Argumenten oder mit normalen Gesprächen einfach nicht weiter. Es ist halt so. Du kannst A sagen und Shoyoka stürzt sich da drauf und nimmt dich bei Twitter auseinander. It is what it is. Und sie wird so lange weitermachen und KuchenTV wird so lange Videos dagegen machen, keine Ahnung, bis einer irgendwann umkippt. Ich hab keine Ahnung. Neun Jahren, guter Grund auch mit jemandem nicht in ein Gespräch zu gehen. Ebenfalls wird sie mal wieder beim Lügen erwischt. Und zwar geht es nochmal um den Computerspielepreis. Da hat nämlich jemand gefragt, warum jegliche Kritik direkt frauenfeindlich ist. Und ihre Antwort darauf war, dass ja die männlichen Dudes angefangen haben, ihre Spielstunden zu zählen, während man das bei den männlichen Gewinnern nie gemacht hat. Das Lustige ist, dass der Vorwurf von ihr, dass jegliche Kritik frauenfeindlich ist, vor meinem Video gekommen ist, in den Cake News, wo ich das erwähnt habe, kann man ihren Tweet, wo sie genau das sagt, sogar sehen. Der wurde davor veröffentlicht. Der Vorwurf kam schon, bevor wir das gemacht haben. Wie schlecht kannst du eigentlich lügen, meine Güte? Dazu haben den Preis ja erst fünf Leute gewonnen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja vier. Und das waren zwei Männer und zwei Frauen. Und bei Gnu hat auch keiner die Spielstunden gezählt, weil da klar ist, dass sie den Preis auch wirklich verdient hat, im Gegensatz zu dir. Sie hat dann auch irgendwann gefragt, wo sie mich mal als Frauenhasser oder sowas bezeichnet hat. Und naja, Shiooka, ich kann dir das gerne zeigen. Kuchen isst und bleibt ein mysogyner Dude. Och Gott, ey. Sie weiß halt original nicht mehr, was sie selber irgendwann mal getweetet hat. Sie tweetet sich den ganzen Tag um Kopf und Kragen und vergisst dann die Hälfte wieder. Och Gott, das ist einfach nur peinlich. Ja, das ist jetzt natürlich mal wieder doof gelaufen, oder? Ebenfalls wird mir jetzt vorgeworfen, dass ich auf Twitter mit rechtsradikalen Accounts interagiere. Und dazu dieser Screenshot hier, wo jemand krasse Vorwürfe gegen Shiooka gemacht hat und ich halt Nemesis gefragt habe, ob er dazu irgendwas hat. Und ich weiß, Shiooka und so, die leben auf Twitter, die kennen jeden einzelnen Account und wissen immer alles, was jeder, wer, wie, wo postet und wer, wie, wo politisch einzuordnen ist. Ich lebe aber nicht auf Twitter. Ich kenne diese Person nicht mal. Soll ich jetzt im... Äh, Chat, ich gucke gleich wegen Discord. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Mal, bevor ich auf irgendeinen Tweet antworte, jedes Mal sein komplettes Twitter-Profil analysieren, um zu gucken, dass der auch ja nicht rechts- oder rechtsradikal ist. Junge, macht euch doch nicht lächerlich. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Shiooka ist mal wieder komplett rotiert. Sie hat so viel Müll gelabert, da war auch teilweise noch mehr drin, aber irgendwann wäre das Video dann wirklich zu lang geworden. Ich weiß nicht, was sich Shiooka damit erhofft, aber ich hoffe einfach mal, dass sie weitermacht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, was sagen wir dazu, Chat? Das lächerliche Roulette dreht sich weiter, also war ein gutes Video. Shiooka behauptet ständig Dinge, die nicht stimmen. Es ist alles wie immer. Man kann nichts mehr dazu sagen. Es ist einfach, literally, immer das Gleiche. Shiooka labert scheiße, Shiooka wird exposed. Shiooka labert nochmal scheiße, Shiooka wird nochmal supposed. Das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und ich habe keine Ahnung, also man müsste mal zählen, wie viele Videos es von KuchenTV gegen Shiooka gab. Auf jeden Fall eine Menge. Also wenn ihr es durchgestanden habt mit mir zusammen und das Video bis hierhin geguckt habt, lasst gerne mal ein Like da und lasst mal als Algorithmus-Kommentar exposed in den Kommentaren da, um mein Algorithmus so ein bisschen anzukurbeln. Abonniert gerne meinen Kanal. Wir sind kurz vor der 5000. Würde mich sehr, sehr freuen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und bis zur nächsten Reaction. und tschö.